Guten Morgen Sonnenschein Guten Morgen Guten Morgen Ein Outfit-Check Nati Wow Sie haben das sogar bevor sie den Start bekommen haben Wursley Und jetzt noch eine Pose Was? Ich mag Nummer 24 am liebsten auf deinem T-Shirt Wir haben gerade eingestellt und wir haben so Sachen gefixt, die gestern bei der Meisterschaft nicht so toll waren, obwohl wir toll waren Und wir haben den Skier richtig viel geändert Also schon viel geändert Ja Und dann haben wir das alles geändert und jetzt essen wir alle Wasser Und die Glory halt, welches Wasser ist? Ich hab Traube Ah und blau Du hast vergessen was wir jetzt machen Wir machen uns jetzt fertig Dann machen wir uns fertig Ja, bis 15 Uhr haben wir Zeit, weil dann gehen wir essen Und dann machen wir uns ready für 12.29 Uhr Wir machen uns dann ready für Day 2 Und wir schauen den Livestream an Ja cool Es waren dran und 13 Uhr irgendwas 13 Uhr 13 Uhr 13 Uhr Ja cool 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 Schau mal um Das ist unsere Frisur Lacken 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 hab ich gemacht Geflachten Slay Und wir fahren jetzt zum Gelände Dann ein Zuhause Eins Und dann Slay Wir haben jetzt gegessen Es gab Nudelsalat Ein richtiges zum Ausführenessen Das heißt Jetzt sind wir ready Für was machen wir jetzt eigentlich Ich glaube wir lesen noch die Zettel Stimmt Wir lesen jetzt noch unsere Zettel Die wir uns gegen den Zettel geschrieben haben Ein paar haben wir gestern gelesen Den Rest lesen wir heute Und dann geht's schon los Zum DSPN Teams mit Konzentration, Schamples, Technik und toller Ausstrahlung Schräg schräg Spirits Holen wir uns den Titel Finale Oh Finale Finale Also Wir waren gerade zuhause Und danach haben wir gesehen Dass in der Meisterschaftshalle Ein Feueralarm losgegangen ist Und dann wurde halt alles verspätet Aber jetzt sind wir endlich im Auto Und sind auf dem Weg zur Meisterschaft Das ist zwar die ganze Meisterschaft Jetzt wahrscheinlich ein bisschen verspätet Aber das ist kein Problem Weil mit dem können wir gut umgehen Und jetzt machen wir Party im Bus Und dann haben wir alle gegräßt Und jetzt fühlen sich Jetzt fühlen sich Oh, es ist time to fire on up Oh, es ist time to fire on up Oh, es ist time to fire on up Yes Slay Slay Österreich Woah 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 Was machen wir jetzt? Also wir haben jetzt eingedeutet Aber wir haben jetzt um 20.45 Uhr Auftritt Wie spät ist es? 19 Uhr 19 Uhr Und auf jeden Fall Wir haben jetzt 10 Minuten Pause Dann gehen wir youth zuschauen Und dann wärmen wir uns auf Und machen uns ready für unseren Auftritt Slay Oh 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 Leute Wir haben jetzt eingestandet Alles warm Ja Und Es hat sich wieder so leicht angefühlt Das war echt 10 von 10 Jetzt haben wir kurz noch Zeit Dann gehen wir youth zuschauen Die die jetzt hitten werden Und Hier sieht man die schöne Laura Und dann haben wir um 20.54 Uhr auftritt. Ah, Austria! Stopp! Fortsetzung voll! Ja! 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 Wippen! Ja! Wer hat geslönt? Ja! Team Austria And now it's time to announce the 2023 gold medalists and world champions, Austria And now ladies and gentlemen please rise or pay attention to the screen to the flag and the national anthem of our world champions, Austria Hey, whoo Leute was sind wir? World Champs! Land am strome, this is the world champion. Ich muss noch sagen, es ist meine erste Goldmedaille. Ich bin so stolz auf dich. Mein erstes Mal Gold. Wir sind World Champs. Ich habe alles wegen dir geschafft weil du mich immer unterstützt. Keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. Cause we are the champions. Of the world. Der Tag ist vorbei. Wir sind World Champions. Yes. Und wir sind hungrig und müde. Wir sind hungrig und wir essen jetzt Wasser und dann gehen wir schlafen. Weil ich kann nicht mehr. Es ist 1 Uhr 46. Ich bin todmüde. Ich bin wirklich tod. Ich esse jetzt ein Bagel mit cream cheese. Er ist schon durch. Jetzt muss es nur noch umdrehen. Klar, ich schwitzen durch. Soll ich da? Gute Nacht! guten Morgen! Erstag morgen als World Champion! Ich habe gestern nur meine Haare gewaschen. Es ist jetzt 10 Uhr. Und die schon mal wache ich schon mal – ich werde wachen. Guten Morgen, mein Double World Champion. Guten Morgen, mein Doppel World Champion. Hey, da meine Schüme. Guten Morgen, Natascha, a.k.a. World Champion. Guten Morgen, danke für gar nichts. Guten Morgen, World... Sonnenschein, doch nicht mehr. Nein, ich bin nicht mehr. Guten Morgen, mein Doppel World Champion. Guten Morgen, mein Doppel World Champion. Guten Morgen, Janice. Alter, das sieht ja, das schaut so tot aus. Sagst du mir deine... Ich schaue so tot aus. Boah, ich hab das ganz gut nachgemacht. Was hat ich gemacht? Als World Champions. So sehen nur World Champions aus so gut. Ja. Und wir gehen jetzt mit unserer Medaille. Jams never looked so good. Und wir haben Outfit, Speise, Hose, Sponsoring Shirt. Medaille und Ring. Obviamente. Und wir gehen jetzt den Seniors... Nein, wir gehen jetzt essen. Und dann gehen wir den Seniors zuschauen. Und die werden den Auftritt auch fetzen. Ja. Fetzen. Und Coyote natürlich auch. Ja, Coyote ist auch Seniors. Wie macht der so bei all? Warte, da blimmelt mich aber auch was. Ja. Warte, da und da. Was ist das? Was ist das? Bei dir glittert's auch? Bei dir glittert's auch. Boah. Wie stampiert das. Ja. Ja. Please be legendary, Hint Inks. Get the title, Hint Inks. Machen wir gerade am Essen. Also wir wollen essen. Und wir sind wo? In Olden Garden. Nein, wir sind im Stuhl, im Pferdestein. Im Kuhstall. Hey Laura, sind wir? Es stinkt, das war für meine Kuhstall. Ich trinke einen... Ich dachte, Eis auch. Kork! Nein, ich trinke einen Raspberry Lemonade. Me too, girl. Me too. Und Essen tue ich entweder so Kalamari oder irgendeine Nudeln, aber ich bin nicht so die Nudelmaus. Aber Meli würde hier slayen. Ich bin nicht so die Nudelnmaus. Ich liebe die Nudelnmaus. Nein, Meli auch und deswegen streiten wir fast jedes Mal, wenn wir was essen wollen. Ich sag Rödel. Ich auch. Rödel oder Stroh. Rödel, Leute, Rödel. Ich muss das jetzt schon. Das ist süß. Thank you. Hat er gerade gemacht? Woooo! Article Time. Let's go Giants! Go Giants! Das sind sowieso fangirls. Yeah. Go Giants! Ich guck die Nase. Zeig mal deine Muckis! Die Muckis! Okay, wir haben jetzt den Seniors beim Aufwärmen zu geschaut. Jetzt haben wir was getrunken und eigentlich wollte ich mir ein Eis kaufen, aber der Geschmack hat mir gar nicht gefallen. Ich war mega traurig, das hat so lecker ausgesehen. Und jetzt schauen wir noch ein paar Teams an und dann sind Senior, also unsere Seniors dran. Bibi und ich haben vor allem den Fangirl-Moment. Es kommt jetzt USA's Junior Six und die sind... Björn und Emma, wir gehen euch jetzt zuschauen und wir werden unsere Seele rausschreien. Weil Fangirl ist Nummer 1. Ich habe so viel geschrien, mein Kopf ist fast explodiert. Es ist wirklich schlimm. Ich habe so viel geschrien, es war das ganze Blut in meinem Kopf. Es ist jetzt Closing Ceremony, IC ist einfach vorbei. Nein, ich kann es nicht glauben. Es ist so schnell vergangen. In dem Moment ganz toll. Ich habe so einen Applaus für alle Teams. Bibi! Schnell rein. Leute, wir sind das erste Mal wieder World Champions seit sechs Jahren. Das ist gut gescheitert. Das ist gut gescheitert. Wir sind jetzt nach Hause. Wir sind jetzt nach Hause. Wir sind jetzt nach Hause. Hey, girls! Wir gehen nach Hause. Und dann gehen wir zum Pool. Wir gehen zum Schwimmen. Wir gehen zum Schwimmen als Weltkampion. Kann ich mit dir ein Bild machen? Ja! Das ist nicht schön! T type nach. Danke. Tschüss!